Ich bin beim BDS seit 2008 dabei, quasi mit Eintritt in meine Leitungsfunktion in der Neuner Städter Bank, dann auch im Bund der Selbstständigen und Führungskräfte mit dieser Aufgabe als Beisitzer betraut. Hochgradig spannend, immer wieder neue Leute, es bringt Spaß. Jeder Unternehmer, der darauf angewiesen ist über Kontakte, über Markt, über Verbindung Markt zu machen, auch entsprechend Absatz, Kundschaft zu generieren, ist bei uns einfach gut aufgehoben, weil die Vernetzung sehr, sehr gut funktioniert über unsere Plattform, über unsere Veranstaltungen, insbesondere Neujahrsempfang, ich denke mal das Highlight des Jahres, das muss man einfach erwähnen.